Musik Musik So schaut das aus, den ganzen Tag arbeiten, ein bisschen Musik hören, Nebenbei, dass es ein bisschen relaxt. Die Computertätigkeit ist natürlich sehr wichtig. Heutzutage im Büro fast unmöglich ohne Computer zu arbeiten. Tja, viel Spaß weiterhin! Was ist das für Scheiß? Jetzt wird es schon wieder mit dem Ganzen. So, der Part.